Die Comedy-Helpen auf YouTube! Jo, ich kenn einen schönen Witz, du! Pass auf, du! Weißt du, warum die polnische Babys zwei Klapse kriegen am Hinter... Hä? Nö, weiß ich nicht. Oh ja! Nö, weiß ich nicht. Nö, weiß ich nicht. Hahahaha! Damit sie die Arme, du, loslassen! Hahahaha! Ja, war gut! Hahahaha, sehr viel Lach! Ja, war gut! Du haste beim Sp hum? So zum Wohl, mein Freund, das krieg ich erstmal auf dir auf das 15. Hahahaha! Ich kenn auch noch einen, du! Weißt du, wer das Trialon hier erfunden hat? Die Polen! Die gehen zu Fuß zum Schwimmbad und kommen mit dem Fahrrad zurück! Der war noch besser, der Witz! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hey ich kenn auch noch einen besseren Witz, du! Sie ist aus wie in Arsch! Uuuh-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Wir fallen die Zähne an! Ist sie aus wie in Arsch, hä? Nö, ne, sohh dasz denn aus den Arsch nö, nö, aah ... Uuuuu I Language Ok, wer steht denn da ins Anganzzeiten? für den Affe. Hey, lass nicht so blöd. Lass nicht so blöd drauf. Hey, spiel ich jetzt? Hau an, du. Oh, ich hab da und, du. Uuuuh. Die Comedy-Helden auf YouTube.